...einer Verfassung und her mit einem deutschen Staat. Wir können den Weltkrieg nur beenden mit einem Kriegsvertrag, wenn es wieder einen offiziellen deutschen Staat gibt. Und die BRD ist das nicht. Und ein Personalausweis und ein Ersatzausweis für Menschen, die staatenlos sind auf dem deutschen Territorium. Also überlegt euch, was euer Personalausweis euch sagt. Laut Innenministerium tut er nur die Vermutung darlegen, dass ihr deutsches Teil, die deutsche Staatsangehörigkeit, nicht bestätigen, das kann man bei der Ausländerbehörde beantragen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn kein deutscher Staat da ist, kann es keinen Friedensvertrag geben, beenden wir den Weltkrieg nie, können die sich gegenseitig Scharmütze leisten, wie sie wollen, ohne einen neuen Krieg zu beginnen, weil sie immer nur einen alten fortsetzen. Und das war der Gedanke meines Plakates. Und das war der Gedanke meines Plakates.